belgische lauchtart hallo und willkommen bei kathis table schön dass du heute wieder mit dabei bist wir machen heute eine tart mit lauf und ziegenkäse und diese fülle kommt auf einen mürbteigboden der blind gebacken wird blind backen das ist so ein ausdruck dafür dass du den teig in der form ohne die fülle vorbäckst und dazu brauchst du entweder die lichte oder du nimmst getrocknete bohnen oder linsen und wenn es gelingt dann gibt dem video bitte ein like abonniere den kanal empfiehle mich deinen freunden und sprich über mich danke dir mein tipp wenn du nicht schon deinen lieblings ziegenkäse aus der region hast dann nimm für dieses volle geschmacks erlebnis so wie ich den boucheron käse und jetzt und dann und Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.